Hallo und herzlich willkommen meine Lieben. Ja, kurzes Update-Video zu diesem Kanal. Dienstags, Samstag, 21 Uhr sind die Livestreams. Ich versuche mindestens zwei Videos in der Woche zu veröffentlichen. Das wird dann wahrscheinlich auch Montag und Donnerstag hinauslaufen. Und werde auch immer wieder regelmäßig so, ich nenne es dann Mikes Zeitgeschehen, eine Videoreihe aufsetzen, in der ich mit euch einfach über das rede, was mir in der letzten Zeit aufgefallen ist. Im Verhalten der Menschen, im Verhalten der Politik, der Medien. Ja, was hier halt alles, sowas, was mir einfach auffällt, was mich vielleicht auch bewegt, mir Sorge macht, worüber ich mir Gedanken mache, das letzte Mikes Zeitgeschehen zusammenfassen. Dieses Video wird dann, wenn es kommt, wahrscheinlich freitagsabends kommen, oder freitags-nachmittags, das bietet sich eigentlich immer relativ gut an, quasi so als Wochenabschluss. Fest ist aber geplant, wie gesagt, zwei Videos in der Woche und zwei Livestreams. Ich werde auch definitiv vom Content her recht ähnlich bleiben, aber auch neu aufnehmen und werde natürlich auch sehr aufhalten, dass meine Community in der Art und Weise, wie sie bisher gewachsen ist, auch weiter wächst. Dass wir weiterhin die interessanten Livestreams gestalten können. Dass wir einfach das, wie mein Kanal ist, solange wie es möglich ist, das natürlich auch weiter betreibe. Und, ja, wenn es alles gut geht, kommen in den nächsten Wochen auch schon die nächsten Updates auf dem Kanal, was die Technik angeht. Und, ja, das ist jetzt einfach mal so ein kurzes Update-Video zum Samstag. Wie gesagt, heute Abend dann dementsprechend der Live. Ich muss natürlich dazu sagen, Leute, die Videos sind teilweise vorproduziert. Das heißt, wenn es irgendwie schon absehbare Zeiten gibt für die Livestreams, kann das sein, dass die nachher als Kommentar hier drunter dann angepinnt sind, dass ihr auch seht, ob es 21 Uhr oder 21.30 Uhr heute wird oder vielleicht auch 22 Uhr, je nachdem halt, wie ich arbeiten muss. Und in dem Sinne, ja, bedanke ich mich jetzt für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Ich hoffe, viele von euch nachher im Live begrüßen zu dürfen. Und, ja, schreibt gerne rein, wenn ihr bestimmte Formate nochmal sehen möchtet oder welche bestimmte Formate wieder aufgreifen soll. Haut es in die Kommentare, in dem Sinne, mein Lieben. Bis nachher, euer Mike.